Lass die Finger von Jackson. Ja, was das angeht, ein Angestellter war etwas überheifrig. Der Neff ist nicht auf meinem Radar. Aber wenn du wieder Einzüge gehst... Hol meine Schwester ans Handy. Hör mal. Glaubst du, du hättest hier was zu sagen? Du sprichst mit Nicky, sobald du etwas Nützliches für mich hast. Folge der IP-Adresse und wir reden. Im Moment verschwendest du nur Zeit. So, wo können wir jetzt? Wo hin? Ah, da. Demian kennt mich zu gut. Weiß genau, wie ich reagiere. Er musste schon eine ganze Weile planen. Der Mann geht wie immer zu weit. Er wird Nicky was antun, wenn er nicht bekommt, was er will. Okay. Bis zum ersten werde ich mitspielen. Ich würde mich sagen, wie er das ist. Aber ich werde ihn nachgucken. Alter! Die Brücken sind doch alle... ...kurios. Ich glaube, ich habe mich entschlossen. So bis 7 Uhr wahrscheinlich zur Wachwörse gleich auch noch mal ganz kurz rauskommt. Der Dr. sitzt eh in Streaming, so viel los ist. Diese folgen dann auch natürlich für YouTube-Kennungsklärer. Kann ich damit, habe ich ein bisschen Futter. Und dann trotzdem kann ich es dann dabei abnehmen. Okay, gut! Okayo. Okay. Okay. Es muss doch einen Weg gehen. Und Damien braucht diesen Sieg für sein Ego. Ich lasse ihn gewinnen. Ich finde den zweiten Hacker und er lässt Dekki frei. Ja, Alexanderus, ich verstehe dich absolut. Wie gesagt, auch bei dem Wetter mehr als nachvollziehbar. Wie gesagt, es war auch heute großen und ganzen, dafür, dass ich bei YouTube ein bisschen weiterkomme, muss ich gestehen. Das war jetzt die letzte Folge, die heute veröffentlicht worden ist. Ja, und so kann ich da wieder ein bisschen Let's Plays auch gleichzeitig hinbekommen. Fui, was war das von mir? Also gut, Damien. Wett hast du hier etwas übersehen. Genau da. Mischt. Was ist... Hey, ich bin's. Du hast mich herbestellt. Scheiße. Mir platzt bald der Schädel. Ja. Okay, komm her, sieh dir das an. Wer ist sie? Weiß nicht, die Datei ist kaputt. Hast du nie Idee, wie ich es abspülen kann? Da ist nichts zu machen. Du brauchst das Original. Ich lass eine Suche über den C2S-Zugang laufen. Genau deswegen wollte ich mit dir sprechen. Ich glaub nämlich nicht, dass er davon weiß. Damit hätte er geprahlt. Ich kenne ihn. Wer hätte geprahlt? Vielleicht eine Spur. Oder nicht. Ich muss ihm einen Schritt voraus sein. Hast du Ärger? Eine IP-Adresse? Ja, die hab ich von ihm. Kannst du die Körle checken? Was soll das alles hier? Aiden, antworte. Ich tu nichts, bis du... Er hat sie entführt, Clara. Er, 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 er benutzt meine Schwester als Sicherheit. Oh mein Gott. Wer hat ihn besucht? Der. Damien Branks. Der hier. Ich kann nichts tun. Ich... Ich werd jetzt gehen. Wir reden später. Gut, wenn du fertig bist. Komm hier. Was ist denn los? Wurzeln. Los! Ich hab es! Wo ist dein Auto? Hier lang. Da drüben. Der Balkon. Nein, der wollte ich doch gar nicht hin. Ach, Mist. Der war doof. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Mich beschützen. Oder... Ja. Nicht mich hinbeschützen. Mich hincovern. Ja, also. Wo ist dein Auto? Das ist der oder das wäre so. Biss noch nicht. Viel haben! Hier, da drüben! Der Baba! Oh, oh! Oh, oh! 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 Was hat denn die Kamera slam? uel So, wo ist denn diese Verstärkung? Kein Bock auf diese Verstärkung. Ich hab hier ein bisschen was zum Sprengen. Ich hab hier ein bisschen geholfen. Ich hab hier ein bisschen geholfen. Ich hab hier nichts zu holen hier oben. Schrecklich. Ich hab hier ein bisschen geholfen. 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 Ich habe hier ein bisschen geholfen. Was sind zu viele? Ich bin in Position, alles klar. Oh Gott! Ich bin in Position, alles klar. 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 Was tust du denn? Geh doch! Die stellen uns ne Falle! Ich bin in Position, alles klar. 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 Das war wohl das ganze Regisseur. Natürlich bin ich nicht okay. Fuck. Wer bist du? Was soll ich darauf antworten? Ich weiß, wo wir in Ruhe reden können. Hier. So, da fahren wir noch hin. Beziehungsweise, ich würde sagen, die Folge war richtig heiß. Richtig spannend. Und dementsprechend können wir jetzt den Stream hier auch beenden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir auf jeden Fall. Total spannend. Besser geht's gar nicht, das Ende. Ja, und dementsprechend vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid's wieder dabei. Also, schaut's da rein.